Alles ist eitel. Omnia Vanitas heißt es im Buch Koalett des Alten Testaments. Selbstverliebtheit und die überzogene Vorstellung von der eigenen Bedeutsamkeit sind von jeher menschliche Eigenschaften, die als wenig erstrebenswert gelten und auch als eitle Überheblichkeit dementsprechend gesellschaftlich abgelehnt werden. Der lateinische Begriff Vanitas bedeutet zwar wörtlich so viel wie Eitelkeit, sollte deshalb im genannten Zitat aber auch als grundsätzliche Aussage über den Menschen und seine Taten als nichtig, leer oder bedeutungslos verstanden werden und weniger als Kritik an einem Übermaß an Fokus auf äußere Erscheinung. Insbesondere unter dem Eindruck des Dreißigjährigen Krieges und seiner Gräuel, der Seuchen, Hungersnöte und Mordbrennerei wird die Auseinandersetzung mit dem allgegenwärtigen Tod geradezu ein Teil des Selbstverständnisses des Menschen. Dabei sei alles, was dem Menschen widerfahre, das Werk Gottes, so lehrt es die im 17. Jahrhundert vorherrschende, deterministische, also von einer Vorherbestimmtheit ausgehende christliche Weltsicht. Trost und Heil könne der Mensch nach seinem mühseligen irdischen Leben erst im Jenseits finden. Es galt also, im Diesseits ein demütiges, tugendhaftes und gottgefälliges Leben zu führen, stets eingedenk eben jener eigenen Vergänglichkeit und der Nichtigkeit, der Eitelkeit allen weltlichen Strebens. Insbesondere in den Niederlanden des doch sonst so zu Üppigkeiten neigenden Barock, wirtschaftlich geprägt einerseits durch den durchflurierenden Handel wachsenden Reichtum und den damit möglichen individuellen Luxus, moralisch andererseits durch die zu individueller Sparsamkeit, Bescheidenheit und Demut auffordernden Lehren des Kalvinismus, schlägt sich dieser Widerspruch in der Bildsprache und Motivik der Künstler der Zeit nieder. Es entsteht eine besondere, moralisierende Gattung des zunächst eher dekorativen Stilllebens, das Vanitas-Bild, dessen düstere Motivik und Bildsprache sich auch in weiteren Teilen Europas verbreitet. Diese Gemälde sind reich an teils offensichtlicher, teils verborgener Symbolik und haben eine tiefe, allegorische Bedeutung. Typischerweise enthalten Vanitas Stillleben eine Vielzahl von Gegenständen, die darauf abzielen, die Betrachter an die Flüchtigkeit, die Vergänglichkeit des eigenen irdischen Lebens und die Sinnlosigkeit weltlicher Besitztümer und Vergnügungen zu erinnern. Der Mensch möge also nicht so eitel, so anmaßend und selbstbezogen sein an Bedeutung und Fortbestand, geschweige denn die Wirkkraft des materiell oder gesellschaftlich Erreichten über den eigenen Tod hinaus zu glauben. Bildmotivisches Werkzeug für diese allegorischen Szenen sind scheinbar alltägliche Objekte und Gegenstände, die symbolisch aufgeladen an Vergänglichkeit und Sterblichkeit erinnern sollen. Sie finden im lateinischen Begriff Memento Mori, sinngemäß Ich erinnere dich an den Tod, ihre angemessene Bezeichnung. Die sich zwischen verschiedenen Künstlern und deren Werken häufig wiederholenden und immer wieder zitierten Requisiten der Vanitas Stillleben können grundsätzlich in drei große Gruppen zusammengefasst werden. Die erste Gruppe umfasst Symbole der flüchtigen irdischen Existenz, also Objekte, deren Wert nur scheinbar beständig ist. Bücher, Musikinstrumente, Geld und Kostbarkeiten wie Pokale oder Porzellan haben für den Besitzer nur zu dessen Lebzeiten einen konkreten Wert. Ebenso verhält es sich mit Werken der bildenden Kunst oder aber mit Insignien von Macht oder gesellschaftlichem Status. Nicht selten sind die gezeigten Gegenstände beschädigt oder umgestürzt, um so den verlorenen Wert zu versinnbildlichen. Aber auch der Klang der Musik ist, angedeutet durch Instrumente oder Notenblätter, überaus flüchtig und so nicht von Dauer. Die verwendeten Gegenstände dieser Gruppe verweisen dabei zugleich auch auf die verschiedenen Bereiche des weltlichen Lebens. Den werktätigen Alltag, vita activa, das geistige Leben in Kunst und Wissenschaft, vita contemplativa, sowie den grundsätzlich verwerflichen Genuss und die Wollust, vita voluptaria. In der zweiten Gruppe finden sich Symbole der konkreten physischen Vergänglichkeit, häufig in Form von Gegenständen, denen die materielle Auflösung zu eigen ist und deren Erscheinung den Gedanken an Verwesung weckt. Beispielhaft hierfür sind Knochen, speziell der Totenschädel, sicherlich das direkteste und kraftvollste Memento Mori. Verwälkte Blumen oder vertrocknete Früchte verweisen in ihrem Zerfall zugleich auf die Vergänglichkeit der Schönheit. Uhren oder Sanduhren oder verlöschende Kerzen oder Lampen werden oft verwendet, um die unerbittliche Abfolge der Zeit und die Unausweichlichkeit des Todes zu betonen. Passenderweise und in Einklang mit dem zutiefst religiösen Vanitas-Gedanken finden sich in der dritten Gruppe Symbole der Wiedergeburt und des ewigen Lebens, also des christlichen Heilsversprechens. Dies können beispielsweise Kornähren, Lorbeer und Efeu sein, aber auch Eier oder Schmetterlinge. Interessanterweise finden sich im Vanitas-Stilleben nur sehr selten direkte christliche Symbole. Die Werke setzen also eher auf eine indirekte, sublimere Mahnung, denn auf direkte Konfrontation. Diesen Ansatz unterstützt die kompositorisch oft geschickte und ästhetische Art, die symbolisch aufgeladenen Bildgegenstände zu arrangieren und durch gezielten Einsatz von Licht und Schatten, dem chiaroscuro, eine spannungsvolle Atmosphäre zu erzeugen. Die Vanitas-Stilleben des Barock laden den Betrachter so dazu ein, allgemein oder persönlich über die Vergänglichkeit des Lebens, den im Tod verschwindenden wertweltlichen Besitzes oder weltlicher Macht und Bedeutung, sowie über die Flüchtigkeit der menschlichen Existenz nachzudenken. Sie sind damit ein Spiegel einer gottesfürchtigen Gesellschaft, die einerseits von einem starken wirtschaftlichen Aufschwung, andererseits gleichzeitig unter dem Eindruck strenger protestantischer Moralvorstellungen von der Angst vor dem Tod geprägt war. Untertitelung des ZDF für funk, 2017